Und Robin guckt natürlich auch jetzt mit Interesse auf die erste Hochrechnung und die Zahlen, die wir jetzt natürlich aus Thüringen bekommen. Schauen wir also auf die Hochrechnung bei dieser Landtagswahl. Die CDU, sie liegt weiterhin knapp über 20, bei 22 Prozent. Die Linke, sie ist bei 30 Prozent. Die SPD bei 8 Prozent. Die AfD bei 23. Und die Grünen 5,5 weiterhin. Die FDP auch bei 5,5. Und die sonstigen Parteien, die liegen zusammen bei 6 Prozent. Also das bedeutet, dass es dort also im Moment keine Partei gibt, die bei den Sonstigen eine Rolle spielen könnte. Und das heißt natürlich dann jetzt auch für die Gewinne und Verluste bei dieser ersten Hochrechnung. Also die CDU, muss man einfach sagen, der große Verlierer. Minus 11,5 Prozent. Die Linke, sie liegt tatsächlich zu. Die SPD verliert auch, muss man sagen, fast ein Viertel ihrer Stimmen. 8 Prozent. Die AfD legt natürlich deutlich zu. Also da kann man auch sehen, dass die AfD tatsächlich ihre Stimmen mehr als verdoppelt hat. Grüne und FDP scheinen auch nach der ersten Hochrechnung drin zu sein. Was heißt das jetzt also für die Koalitionsbildungen, die wir in Thüringen sehen werden? Wir kennen ja bisher nur bestimmte demokratische Möglichkeiten. Und deshalb wollen wir schauen, ob es dabei bleiben kann, dass es Linke, SPD und Grüne, also Rot-Rot-Grün, tatsächlich zu einer Koalition schaffen. Nein, 40 Sitze haben sie gemeinsam, 45 brauchen sie. Also Rot-Rot-Grün wird es in der Form nicht mehr geben. Jetzt könnte man natürlich schauen bei dieser Konstellation, wenn man die FDP dazu nehmen würde, die ja im Moment relativ sicher eigentlich über der 5-Prozent-Hürde liegt. Ja, das wäre genau eine Stimme Mehrheit. Also das wäre auch ein Bündnis, was wir bisher in der Bundesrepublik Deutschland noch so nicht gesehen haben. Also Linke, SPD, Grüne und FDP, ein sehr buntes Bündnis. Und ich muss zugeben, dafür gibt es bisher noch keinen Namen. Das hatte bisher noch keiner von uns auf der Agenda. Nehmen wir mal die Linkspartei raus und gucken jetzt mal, wenn wir die CDU reinnehmen, dann sieht man, es sind nur 38 Sitze, also auch weit entfernt von der Mehrheit. Das wäre das sogenannte Simbabwe-Bündnis. Das haben wir jetzt zum ersten Mal durch Thüringen gehört. Kenia, muss ich Ihnen gar nicht zeigen, das funktioniert nicht. Aber wenn wir die FDP rausnehmen, die Grünen rausnehmen und die SPD rausnehmen, dann wollen wir uns mal nach der ersten Hochrechnung nun die Konstellation mit den Linken angucken. Ja, und wenn CDU und Linke tatsächlich über ihren Schatten springen würden, hätten sie eine Mehrheit. Das ist die einzige rechnerische Mehrheit nach dieser ersten Hochrechnung offenbar, die wir also haben mit 49 Sitzen. Und wenn wir jetzt die Linke rausnehmen und tatsächlich mal gucken, obwohl Mike Moring das ja ausgeschlossen hat mit der AfD zusammen, auch das würde nicht reichen. Also CDU und AfD geht nicht. Also auch diese erste Hochrechnung zeigt uns jetzt noch einmal ganz eindeutig, es ist also nur eine Möglichkeit einer Koalitionsbildung zwischen CDU und Linkspartei. Das wäre eine Mehrheit. Aber da werden wir den Abend abwarten müssen. Da wird es sicherlich noch viele interessante Stimmen geben zu dieser Wahl, die wir gesehen haben. Aber eins können wir an dieser Stelle auch feststellen. Das muss man sagen. Die Wahlbeteiligung, die ist definitiv höher. Das ist zumindest eine Sache, die man positiv sehen kann.